Dass sie die nicht entschriften. Ich hoffe, das hilft dir. Von mir persönlich aufgearbeitet. Solide und zuverlässig. Schick. Das ist ganz bestimmt kein Loot. Nur ein unbedachter Vorbesitzer. Das könnte ich auch gebrauchen. Für dich nur das Beste. Ich hoffe, das hilft dir. Das war's, oder? Was kann ich sonst für dich tun? Willst du noch was kaufen? Ah, hier ist deine Kette. Ich habe immer das beste Zeug für dich. Nur ein unbedachter Vorbesitzer. Willst du noch was kaufen? Davon verkaufe ich jede Menge. Ah, hier ist deine Quittung. Von mir persönlich aufgearbeitet. Davon verkaufe ich jede Menge. Das ist ganz bestimmt kein Loot. Willst du noch was kaufen? Ich bin froh, wenn ich den Kram endlich los bin. Ich bin froh, wenn ich den Kram endlich los bin. Ah, davon verkaufe ich jede Menge. Davon verkaufe ich nicht viele. Heute kann ich früher schließen. Hey, steht hier wirklich gut. Bin ich froh, wenn ich den Kram endlich los bin. Was kann ich sonst für dich tun? Ah, hier ist deine Quittung. Willst du noch was kaufen? Wir haben einen Deal. Bitte sehr. Wie kommt das denn da rein? Ich sollte mal wieder neue davon bestellen. Willst du noch was kaufen? Was kann ich sonst für dich tun? Ah, hier ist deine Quittung. Bitte sehr. Und jetzt raus hier, bevor ich's mir anders überlege. Überrascht? Ich sagte doch, hier gibt's krasses Zeug. Das war's, oder? Wow. Die werden noch hergestellt. Ich sollte mal wieder neue davon bestellen. Wow. Die werden noch hergestellt. Was kann ich sonst für dich tun? Von mir persönlich aufgearbeitet. Ah, davon verkaufe ich jede Menge. Wow. Die werden noch hergestellt. Sag's deinen Freunden. Ich komme groß raus. Ich sollte mal wieder neue davon bestellen. Eine gute Wahl. Wow. Die werden noch hergestellt. Ich hoffe, dass du damit auch ja sorgsam umgehst. Ich hoffe, dass du damit auch ja sorgsam umgehst. Das könnte ich auch gebrauchen. Ah, hier ist deine Quittung. Wirklich cool. Solide und zuverlässig. Ich hoffe, das hilft dir. Solide und zuverlässig. Willst du noch was kaufen? Ich sollte mal wieder neue davon bestellen. Ich habe da ein ziemlich gutes Gefühl. Ich sagte ja, ich habe Verbindungen. Ich verkehre in exklusiven Kreisen. Von mir persönlich aufgearbeitet. Willst du noch was kaufen? Davon verkaufe ich nicht viele. Heute kann ich früher schließen. Es ist wie es ist. Tschüss. Noch mal200 Euro. Schönen, jst noch eins. Dann sollten sie lieber mehr früher.